Und herzlich willkommen zurück. Wir stehen immer noch auf unserem Kistchen und bahnen uns jetzt nah an unseren Weg und hoffen, dass wir nicht wieder sterben. Das war, glaube ich, hier, ne? Genau. Und hier. Und dann sind wir hier hoch. Wenn wir hochkommen, hallo. Hallo. Nehmen wir das noch mit? Hier durch. Hier kamen wir nicht durch. Dann mussten wir hier drüber. Hallo. Okay, hier sind wir vorhin gestorben. Das heißt, wir versuchen jetzt mal, hier über die Kisten zu springen. Und vielleicht kommen wir auch über diese weiße Kisten hier drüber hoch. Ja, genau, weil ich vermute nämlich. Aber wie kommen wir dann? Da kommen wir nicht hoch. Okay. Okay. Gehen wir hier mal. Das geht. Warum kommen wir nicht auf die weißen Kisten? Okay. Das war zu hoch. Aber anscheinend, wir laufen noch. Wir haben uns nichts gebrochen. Das ist gut. Open. System offline. Okay, hier ist zu. Ach nein. Nicht schon wieder. Okay, das geht noch. Das hier. Und vielleicht das hier. Und das hier. Äh, nee. Okay. Ja, ich weiß. Hier, nein. Hier. Nee. Okay, warte mal. Wir müssen den, nee, den auch nicht. Ich probiere jetzt erst mal. Okay. Da passt nichts. Da passt nichts. Warte mal. Nee, das ist schon der Richtige. Also, wir gehen jetzt mal alle durch. Ganz stur. Auch wenn sie nicht passen. Der passt vielleicht. Der gar nicht. Der passt vielleicht. Der passt vielleicht. Nein. Nein. Okay. Passt hier noch einer? Hier, den hatten wir schon hier. Der passt gar nicht. Die Frage ist halt, müssen wir überhaupt alle verbinden? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wir alle verbinden müssen. Also, wir haben keinen Teil, ne? Irgendwie. Warte mal. Ich glaube, der passt nämlich am Ende. Hm. Ja, ich, ähm, wie immer, ich probiere jetzt mal ein bisschen rum und hole euch dann wieder dazu. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und das System ist immer noch, oh. Okay, das System ist wohl immer noch offline und wir sind in einem neuen, in einem neuen Abschnitt. So langsam müssten wir doch mal irgendwie, ja, aus dem Raumschiff rauskommen, hoffe ich doch mal. Okay. Ich würde einfach gerne wissen, was jetzt los ist, oder? Kommen wir da vorbei? Nee. Okay. System offline. Nein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das geht nicht. Ach du meine Fresse. Schnell, 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 komm. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein, komm. Komm, 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 komm. Okay, das war gleich mal ein bisschen Action am Anfang. Hey, hollert die Waldfee. Aber der Druck wird wieder normalisiert, Gott sei Dank. Und wir rennen immer noch rum mit unserer Cola-Dose. Ja, okay, da ist echt ein bisschen Karus hier. Was ist hier passiert? Stehen voll die Betten rum, mitten in der Pampa. Okay, hier können wir nichts machen. Oh, und wieder ein schönes Bild. Wahrscheinlich ist das der Planet Miranda. Was ist das? Oder irgendwie. Hast du nicht auch kürzlich seltsame Veränderungen in Torres Verhalten entdeckt? Kira erzählte mir, dass er Medikamente abgelehnt hat, medizinische Tests abgelehnt hat. Und ja, ich habe Angst, dass er befallen ist von dieser komischen, dass er unter dem Einfluss von dieser komischen Hibernation-Krankheit steht. Er hat an weit entfernten Expeditionen teilgenommen und hat so viele Jahre in Hibernation verbracht. Also es wäre keine Überraschung, so auf gut Deutsch gesagt, es wäre keine Überraschung, wenn der einfach durchdreht. Ach so, ein Mist, ich habe Jacks Karte verloren. Er hat eine Standardkarte hergestellt zum Hacken der Türen. Es kann nicht alle Türen aufschließen, aber es ist besser als nichts. Und ich Idiot habe sie verloren. It must have been in the park, probably somewhere near the red boxes. Okay, wir müssen in irgendeinem Park suchen, neben den roten Boxen. Aber ich kann nicht dorthin zurückkehren, weil die Security-Leute von Vector hier sind. Okay. Okay. Ja, hoffentlich treffen wir jetzt mal auf Menschen hier. Das wäre doch cool. Auch wenn es Security-Leute sind, die uns vielleicht nicht so begeistert empfangen. Können wir da hoch? Nein. Okay. Gehen wir hier weiter. Hallo? Ist jemand hier? Würde jetzt echt mal gerne jemanden treffen. Oh, cool. Oh, cool. Yeah. Endlich mal ein bisschen grün. Endlich mal ein bisschen grün. Das freut mich. Ach so, hey, das ist die Türe von der Karte. Oh, endlich mal ein bisschen grün und nicht immer nur diesen grauen. Ah, diesen Grauton, das finde ich cool. Und was bauen sie hier an? Staudensellerie? Überdimensionierten? Was ist das? Yeah. Oh, ich freue mich so endlich mal wieder ein bisschen Farbe. Das finde ich echt gut. Ja, dann schlagen wir uns mal doch die komischen Pflanzen durch. Und da hat es wieder so nette, so nette, komische Blitze. Ach, da kommen wir nicht hoch und auf die weißen Kisten sowieso nicht. Oh, aber ich sehe gerade, wir sind am Ende einer Folge. Deshalb, ja, gehen wir einfach in der nächsten Folge ins Gewächshaus. Okay. Ich wünsche euch was. Ciao.